in die bauwelt und können wir zumindest schon mal ja können wir zumindest schon mal was weitermachen oh ja wir müssen uns beeilen wo wir sollten es vielleicht beeilen wenn man den weg lang geht ist auch immer schlimm ja könnte nur gleich zombies oder so kommen ist ja auch mein gott ist ja kein thema klinge sieht irgendwie cool aus aber eigentlich hätte ich da oben da mit steinwetter bauen müssen aber gut das muss ich mir noch mal korrigieren okay okay ja okay ja ist gut so wieder hell sehr geil okay dann kann ich nämlich eben gucken ob ich das hier weiter machen kann ich mache jetzt auch nicht so viel warte mal ich mache nicht so viel 32 die hälfte von 64 aber reicht glaube ich auch nicht oder oder reicht das ich weiß nicht genau optimiere ich jetzt mein haus verschöner ich weiß nicht keine ahnung hat so guck mal okay vier und ich brauche nur drei so fertig jetzt kommt nur noch nur noch das da vor allem nur so aber dann kann ich zumindest schon mal alle kann dass ich hier mit dem anfangen so dass ich da zumindest schon mal die ecken also dass ich das schon mal weg mache hier okay weil hier ist weg und da kommt steinhirn genau das kommt jetzt weg genau dann kommt der zack dann kommt er nämlich weg und dann kommt der ja tschüss erde tschüss auch mein zugau ist wieder gewachsen naja hey ach da ist er wieder hier ist der zuckerrohr so ich mache ich mache zumindest die ecken schon mal die mache ich nämlich dann voll auf setze ich hier auf holz und dann gehe nämlich halbstufen dann brauche ich nämlich da drüben mit halbstufen weiter ja eigentlich jetzt auch scheiße aber egal ich hoffe es hier sind die drei zack leute nicht alter wenn sie kommen ist immer feierabend ganz ehrlich da kommt das kommt die erde wieder seit wann kommt erde wieder man weiß es nicht so genau so und jetzt muss ich mal eben kurz kurz ja warte mal ich habe doch hier zaun ne warte mal ich habe doch zaun hier ja ja weil hier kommt ja die tür rein und da kommt er zu weißt du so und ja mal gucken jetzt brauche ich das auf jeden fall club jetzt brauche ich halt sehr viele stufen sehr viele stufen ich habe hier ein paar stufen dran oder 19 habe ich hier noch drin aber ich brauche halt mehr mehr als nur eine stufe brauche ich da brauche ich möchte da noch nicht ja ich lass erst mal ich will erst mal gucken wie weit ich damit komme ich bin voll konzentrieren gerade Alter, ich konzentriere mich gerade, ganz schön. Ah, okay. Gott, ist nicht schlimm. Okay, wie weit das wohl noch geht. Ah, okay, ja, ja, okay, okay, es ist vorbei. Läufe, wie gesagt. Okay, jetzt habe ich das schon mal umrandet. Geil, oder? Alter, es läuft. So, ich glaube, jetzt freuen die sich richtig, dass ich das endlich anfange zu machen, weil wir haben ja auch so lange jetzt gemacht. Was fängt es damit an? Wann machst du das? Habe ich immer gesagt, ja, bald, bald. Ja, das Problem ist halt, wenn man halt so viele Folgen macht, dann ist es halt immer so ein Problem. Okay, der erste ist weg. Pop, 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 pop. Oh nein. Oh nein. Ah, okay, sehr gut. Okay, ist auch weg. Reicht das, oder was? Ich habe so das Gefühl, Sven, das reicht. Ah, scheiße. Ja, das finde ich immer ein bisschen blöd, wenn er dann nicht richtig baut. Oh ja, okay. Ah, ich brauche sowieso noch ganz viel Glas. Aber ich bin auch noch nicht so ganz sicher, ob ich eventuell sogar, ob ich eventuell sogar hier im Fischerhaus da so ein Loch lasse, also dass ich jetzt hier so ein Loch lasse und dann das mit Zaun umringe, so ein Motto, dass man ja auch angeln kann, damit man nicht von den ganzen Zombies geärgert wird. Dann könnte man nämlich auch nachts angeln, weißt du? Dann wird man halt nicht so angegriffen. Also ich habe eventuell auch vor, jetzt, jetzt wo ich das hier gerade sehe, dann werde ich oben wahrscheinlich das Fenster zumachen. Ich weiß noch nicht, das Fenster werde ich wahrscheinlich zumachen. Aber muss ich halt gucken, wie ich das am besten mache. Also erstmal mache ich alles zu. Und dann schauen wir gleich mal. Und schauen, wie das alles fertig ist. Hier ist ein 64er Stack. Alles klar. Alles klar. Gut. Ich würde sagen, läuft. Aber läuft gerade nicht so, wie ich mir das denke. Warte mal. Ich muss ja... Ist das jetzt das Häuschen? Das soll aber nicht das Häuschen sein, oder? Ich muss wahrscheinlich noch ein paar Ecken wieder weg machen. Weil ich weiß, dass das nicht das Haus sein soll. Ich muss ja... Ich muss ja... Ja. Ich muss ja...